Was geht ab, meine Freunde? Herzlich willkommen zu einem neuen Krypto-Update-Video. Bitcoin bei 30.300 US-Dollar. Wir haben ein fettes Short-Signal. Welches das ist, das werden wir uns auf jeden Fall gleich anschauen und ob es wirklich so dramatisch ist, wie ich es jetzt gerade angeteasert habe. Kleiner Spoiler, nein, ist es nicht. War nur ein Scherz, aber trotzdem. Wir schauen gleich mal ein bisschen näher darauf. Unsere Long ist mittlerweile, oder meine Long ist jetzt mittlerweile zu, die wir hier unten eröffnet haben. Take Profit 1 gestern genommen, Take Profit 2 leider nicht erwischt und leider auch nicht der Short abgeholt. Geben wir jetzt gleich nochmal darauf ein, wie, wo, was, warum. Bevor wir starten, lasst dem Video wie immer gerne ein Like da, abonniert den Kanal, wer es noch nicht gemacht hat. Und natürlich gerne in die kostenlosen Telegram-Talk und Signalgruppen reinschauen, wenn ihr Bock auf Updates, News etc. Signale. Kommt da gerne rein, der Link ist wie immer unten in der Videobeschreibung. Und wir wollen keine Zeit verlieren, heute Abend um 19 Uhr wie immer Livestream mittwochs. Morgen muss leider ausfallen, weil ich einen wichtigen Termin habe, aber heute Abend 19 Uhr kommt gerne vorbei. Link werde ich euch dann auch noch in die Telegram-Gruppe schicken und natürlich heute Abend eure Altcoin-Wünsche. Gut, und damit würde ich sagen, genug Eigenwerbung gemacht. Wir gehen direkt rein in die Analyse. Wie gesagt, Bitcoin bei 30.300 US-Dollar. Was ist seit gestern passiert? Wir haben unser Golden Pocket gefinisht hier in diesem Bereich. Das CME Gap leider nicht. Wir sind bis auf 30.995, glaube ich, hochgekommen. CME Gap 31.100 US-Dollar. Und wir haben gestern im Video darüber gesprochen, ich würde gerne die 31.116 US-Dollar oder 31.1 grob antesten, um einerseits die Liquidität, um die Supply Zone hier oben zu testen, das CME Gap zu füllen und das 0786 auch zu testen. Wir haben leider nur, wie gesagt, jetzt eben diesen WIC in die knapp 31.000 US-Dollar-Region bekommen. Der WIC hier oben wurde dann wieder abverkauft, das heißt auch nur das Golden Pocket angeteasert, nicht drüber überwunden, kein bullischer Close. Danach ging es wieder nach unten. Hier oben war der Short, wie gesagt, haben wir gestern Morgen im Video besprochen. Wurde leider nicht getriggert. Ärgert mich im Nachhinein ein bisschen, nachdem ich dann die Bewegung gesehen habe. Aber gut, im Kurs hinterher springen wollte ich jetzt ehrlich gesagt auch nicht. Deswegen nächste Chancen kommen auf jeden Fall. Und ja, seitdem hat sich jetzt wenig getan. Wir haben den Downtrend durchbrochen. Wir haben diesen jetzt heute Morgen nochmal bestätigt. Hier so gegen 9.10 rum, beziehungsweise halt das Breakout nochmal bestätigt. Und jetzt fehlt so ein bisschen das Volumen. Heute spricht, glaube ich, noch Pole um 15.30 Uhr. Also vielleicht kommt da nochmal ein bisschen Bewegung rein, aber ich glaube es jetzt ehrlich gesagt nicht. Viel, viel wichtiger ist das Short-Signal. Und das Short-Signal wurde gerade in der Gruppe gepostet. Michael Saylor, beziehungsweise MicroStrategy, hat erneut Bitcoin gekauft. 12.333 für 347 Millionen Dollar. Ist wirklich viel. Muss man ganz ehrlich sagen. Also 12.333 Bitcoin einfach mal so zu kaufen, kann nicht jeder. Der hat fast nochmal ein Zehntel einfach nachgekauft, wenn wir das jetzt mal so runteraddieren. 140 haben sie vorher gehabt. Jetzt nochmal 12.000 hinterher. Also ich sage jetzt mal so 9%. Einfach mal so kaufen. Nicht schlecht. Aber Michael Saylor ist meistens immer so ein kleiner Konterindikator. Normalerweise geht es dann immer runter. Schauen wir mal, wie das jetzt abgeht. Also wir hatten schon so ein kleines Dümmchen in Richtung 30.200 US-Dollar. Für mich ist es aber ganz ehrlich, ich würde jetzt einfach momentan nicht Short gehen. Mir ist das Risiko hier genau an dieser Stelle einfach zu groß. Natürlich haben wir auch die letzten Tage immer wieder drüber gesprochen. Die Zone hier unten um die 30k oder 29.9, 29.8 wurde jetzt schon so oft getestet. Hat natürlich auch dadurch viel Support gebildet. Aber es wurde halt auch sehr, sehr viel Liquidität aus diesem Bereich wieder rausgezogen. Ja, das gefällt mir alles nicht so wirklich. Natürlich haben wir dann auch noch als zweiten Konterindikator dieses mögliche, also absolut gammelige Head & Shoulders Chart Pattern. Nicht wirklich geil. Auch danach würde ich einfach derzeit nicht traden. Wenn wir jetzt die Neckline einzeichnen würden, ist die auch nicht wirklich schön. Also je nachdem, man kann es natürlich wieder an den Dochten, man kann es an den Schlusskursen. Das sieht vielleicht jetzt sogar ein bisschen besser aus. Aber so richtig warm werde ich ganz ehrlich auch jetzt nicht mit diesen Head & Shoulders. Also auch hier kein wirkliches Short-Signal. Ich warte weiterhin. Ich kann mir nämlich gut vorstellen, dass dieser Wick hier oben, der einigermaßen viel Liquidität auf dem 1-Stunden-Chart noch hat, nochmal gefüllt werden könnte. Das heißt, nochmal Impuls nach oben. Ansonsten sollten wir jetzt in den nächsten Stunden wirklich keinen Impuls jetzt mehr kriegen. Können wir mal ganz kurz den Traders-Reality-Indikator machen. Wir sind jetzt schon unter dieser 1-Stunden-Range jetzt auch wieder drunter gefallen. Auch schon mal bearish bestätigt. Psy low, Psy high jetzt auch mehrfach drunter bestätigt. Also es sieht eher ein bisschen bearischer aus. Trotzdem, wie gesagt, Short kommt für mich derzeit nicht in Frage. Wir haben gestern schon darüber gesprochen, Preis-Ziel des Head & Shoulders-Shart-Patterns würde bei 28,4 liegen. Auch das kann ich mir momentan irgendwie nicht so richtig vorstellen. Also für mich persönlich, nächster Long-Einstieg einerseits, dafür machen wir mal ganz kurz hier die Box rein, wäre hier in diesem Bereich zwischen 29,1 und ungefähr 28,8. Das sind jetzt so die nächsten Einstiege, die ich sehe. Da ist die nächste Vector-Candle, da ist die nächste 1-Stunden-Demand-Zone, die uns ein bisschen Support geben könnte. Wir schauen uns das Ganze auf einen 4-Stunden-Timeframe an. Hier haben wir gar keinen Support. Da haben wir gestern nur auch drüber gesprochen. Volumentechnisch kommt hier einfach am meisten Volumen rein. Also in diesen zwei Candles zwischen 28,8 und ich sage jetzt mal 29,1. Das ist so die Zone, wo ich nochmal einen Long wagen würde, was uns dann ein tieferes Hoch bescheren könnte. Das heißt, wir brechen hier drunter, aber ziemlich schnell dann, eben weil hier nicht wirklich viel Liquidität eben drinnen ist oder wenig Support drinnen ist, kriegen die Bestätigung für ein tieferes Hoch und werden dann möglicherweise weiter abverkauft. Bis in die Region um 27.000 US-Dollar. Das ist jetzt erstmal so grob der Fahrplan, den ich weiterhin so im Auge habe. Den Rest besprechen wir heute Abend. Liquidität oder Volumen ist auch ziemlich aus dem Markt draußen. Also es wird jetzt früher oder später langsam mal ein Move kommen. So wenig Liquidität wieder drinnen ist oder so wenig Volumen wieder drinnen ist, vermute ich, dass heute vielleicht gegen Abend sogar noch ein bisschen ein kleinerer Abverkauf dann kommt. Mit den Sailor-News könnte das ganz gut passen. Ansonsten Ethereum brauchen wir jetzt gerade nicht besprechen, tut sich eh wenig generell im Kryptomarkt. Trotzdem so ganz kurz das Update heute Abend dann, wie gesagt. Hauptsächlich dann mit euren Altcoins natürlich, aber auch Bitcoin und Ethereum werden uns auch natürlich anschauen. Aber das Hauptding sind dann eure Altcoin-Wünsche. Gut, das war es dann von meiner Seite. Wir hören uns um 19 Uhr wieder. Like da lassen, Abo da lassen, Telegram-Gruppe abchecken. Würde ich mich riesig darüber freuen. Und ansonsten Kommentar mit euren Altcoin-Wünschen unten, damit ich diese Woche noch angehen kann. So, das war es von mir. Wir hören uns heute Abend wieder. Bis dahin. Ciao, ciao. Und wie immer, stay good.